Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier auf diesem Channel. Ja, heute mal kein Spiel, also doch, heute kommen schon Spiele oder sind schon gekommen, nein, es kommen noch welche. Hier nur eine kurze Information an alle meine Abonnenten. Ich habe nun auch Instagram einfach in die Suche eingeben, unterstrich, hubifan, unterstrich, so wie es auf dem Bild zu sehen ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch euch dort begrüßen zu dürfen. Es geht zum Beispiel um Sachen wie zum Beispiel hier eine kleine Frage. Der neue Mercedes im ETS 2 ist schön. Welcher LKW im Eurotrack Simulator 2 gefällt dir? Und da sind auch schon ein paar Kommentare drunter geschrieben worden und ja, die lese ich mir durch und freue mich auf die Auswertung. Und ja, wir sehen uns dann auch auf Instagram und auf Facebook, habe ich ja auch, steht auch in der Beschreibung unten drin. Und Twitter habe ich auch, steht ebenfalls in der Beschreibung drin. Meine Webseite habe ich dort, findet ihr alle Informationen zu meinem PC und sonst wüsste ich nicht, was ich euch erzählen könnte. Doch, es ist schön draußen. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Meine Frau ist noch arbeiten, aber das ändert sich gleich in vier Stunden ungefähr. Dann gehe ich sie abholen, dann verbringen wir einen wunderschönen Tag noch zusammen und tja, unserer Tochter geht es auch gut. So Leute, ich würde sagen, das reicht an Informationsfluss gerade. Wir sehen uns dann die Tage wieder in Videos und macht's gut Leute. Tschüssikowski!